Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen im Wir-bleiben-zuhause-Kindergarten. Ich bin Skippy und zeige euch in den folgenden Videobeiträgen, was ihr alles sonst noch zu Hause machen könntet und natürlich noch vieles mehr. Lasst euch einfach überraschen! Musik 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 Ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video euch gut gefallen hat und wünsche euch noch eine schöne Zeit und Tschüss!